Heyo, was geht? Hier ist euer Rap Marek und ich habe wieder was ganz Nettes für euch, eine Secret Location und zwar einen Stollen. Ja man, ihr könnt da unten in den Berg Rom rein, keine Ahnung, ob ihr wollt. Ist ganz nett, ihr könnt euch das gerne angucken, ist zwar nicht so viel zu sehen, aber an sich schon ganz cool, dass das da ist. Irgendwie ging es ja bei PS3 Version nicht oder irgendwie war da auch was, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ihr könnt da jetzt rein, ihr müsst einfach nur mit einem Minigun diese Bretter weggehauen und dann, ja, viel Spaß. Und gönnt euch natürlich die Musik, lasst ein Komi, Abo, Like, Dislike und sonst was alles da. Also Leute, haut rein! Outro 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.